Reitungsbreit kein Vogelnest für ein paar Federn hier, ne? Also bei den Testaufnahmen war schon direkt erst ein paar Meter Federn. Und natürlich sehr viele Vogel eiern. Ich drehe mich nicht rum, ich drehe mich nicht rum. Alles ist gut. Wie mysteriös. Wahrscheinlich übersehe ich jetzt hier schon die Hälfte. Das Öl, das brauchen wir eher für die Waffen, also Schusswaffen. Na? Hm, hm, hm? Oh, weiter, weiter, weiter. Soll es auf diese paar Pflanzen auch nicht mehr darauf ankommen. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Das ist ja auch gut. Wenn wir mal hier runter gehen. Oh, bitte, bitte, bitte. Das sind zwei Häuser aus Stein hier, ne? Da geht's noch weiter. Boah, Gott. Wer macht mich fertig? Oh, ja, das ist ja euer Ernst. Komm schon. Weiter, komm schon. Komm schon, weiter, 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 weiter. Oh, ne, ich muss ja weg. Oh Gott. Goendurch fanden. Hör. Genau, w-w-we, wir, 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 wir cuộc, wir, momentan, wir relaxen uns erstmal eine Runde. dann hier rein da muss ich jetzt aber rein so weiter 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 erst mal rausfloppen ach du scheiße das geht doch gar nicht boah die idee mit dem haus doch nicht so optimal und schon haben wir kein trinken mehr japanen mein lieber mann ja youtube doch nicht friede freude eierkuchen das auf dem relativ einfachen wirst du schwierigkeitsgrad aber was wir als erstes jetzt noch machen ein paar sticks ho 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 das 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 Ich muss mich jetzt hier nicht spielen. Okay. Könnte hinhauen. Crossbow. Acht. Acht. Oh Gott. Ich habe nur 7 Sticks. Ich brauche definitiv mehr für Pfeile. Aber dafür brauche ich natürlich auch Federn. Die ich nicht habe. Ich glaube ich bin 18 Pfeile oder so. Ich glaube ich bin 18 Pfeile oder so. Oh oh ne bitte nicht. Keine Hunde. Keine Hunde. Fuck. Die haben ja gerade noch gefehlt. Also Hunde sind eine ganz böse Mischung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Okay. So spielt man nicht. Mitten in der Pampa. Und natürlich nichts dabei. Ähm. Okay. Sorry. Sorry. So sollte es jetzt nicht gelaufen sein. Ich entschuldige mich dafür. Hier. Oh. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Ich habe aber gar nichts. Ich habe glaube ich falsch eingestellt. Oh Gott. Ich habe mir liebes, liebes liebes, liebes lieb. Oh. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh. Kack. Schneebeion hier. Oh Gott. Das ist natürlich jetzt nicht so knurkend. Aber die Soundkulisse hier von dem Spiel ist ja Wahnsinn. Ich mag den Sound. Die Musik, die Untermalung und die Geräusche der Zombies. Das passt alles. Da haben die... Toy Pins. Nein, Quatsch. Toy Pins. Wo heißt der? Komm, nimm den. Weiter. Die haben ja nichts zu trinken. Das darf doch nicht wahr sein. Was habe ich denn da eingestellt? Irgend so ein Blödsinn. Muss ich später mal nachschauen. Komm. Zack, zack. Hoppigaloppi. Das ist gut. Ein Pickaxe ist gut. Mal kurz... ...die hier schon mal... ...machen. ...machen. Ein paar Blue Parries. Für den Hunger. What the f... What's this?